Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thorsten. Ja, manchmal bleibe ich einfach sitzen. Also wenn ihr die Folge von gestern gesehen habt, die habe ich in den gleichen Klamotten gemacht. Das sind einfach meine Lieblings-Zocker-Klamotten hier. Aber ich muss ab und zu auch mal ein bisschen vorproduzieren. Und ich hatte ja gestern schon mal was gesagt zur Facecam. Facecam immer an, mal aus, mal an, mal aus. Und ihr werdet das natürlich nicht unbedingt merken, wenn ich etwas vorproduziere. Allerdings wenn ich die Facecam anhabe, dann oute ich mich. Dann ist das vorproduziert, denn ich wechsle jetzt nicht zwischen den Videos auch immer meine Klamotten oder so oder mein Style hier, der im Moment sowieso unmöglich ist. Ich habe echt lange Haare. Aber ich habe mal wieder das Ziel von langen Haaren. Und Ziele soll man ja immer verfolgen. Das wird eh nichts. Aber was hier so ein bisschen was geworden ist, muss ich sagen, auch wenn die CWL hier beim Chief nicht ganz so krass war. Also sie war eigentlich schon gut. Ich war ja zu Gast im Clan. Das habt ihr gesehen. Clashfighter. Und ich habe ja auch ganz nett meine Sterne gemacht. Wir sind aktuell gegen den Vorletzten, glaube ich, am Kämpfen hier, würde ich mal so sagen. Ich muss mal gerade gucken. Ad hoc Team. Nein, sie sind Fünfter und wir sind Vierter. Okay, kann also noch mal Kopf an Kopf sein. Und ich musste mich, muss ich musste mich wirklich die ganze Woche hier gegen Zehner, gegen Elfer rumschlagen. Das mussten auch viele andere hier hier machen. Also immer quasi, du musst es immer nach oben dippen. Der letzte Clan Kick war sowieso out of order, hätte ich mal fast gesagt. Denn hier hatte, das ist der Erste hier. Ich weiß nicht, was diese, warum diese Clan Zusammenkünfte so kommen. Ich meine, wir haben hier das Bestmögliche gemacht. Und wir haben hier noch ein paar Sterne rausgezogen, haben auch nur 14 angegriffen. Aber selbst das letzte Rathaus hier, selbst das letzte Rathaus hier hat Infernus. Ist ein Rathaus 11, hat Infernus. Und also kein Adler, aber trotzdem Infernus. Und ihr seht, das ist trotzdem, es ist trotzdem hyper, hyper schwer. Ich habe immer so ein bisschen versucht, für diesen Clan hier mein Bestmögliches zu geben und habe in der Regel mein Gegenüber gemacht. Meine Base hat nie gehalten. Nie. Ich glaube, sie hat in allen CKs hier drei Sterne kassiert, obwohl ich sie zweimal umgebaut habe. Also was so ein bisschen Fallen angeht. Die Luftabwehr hat so ein bisschen verändert. Hat alles nichts genutzt, weil ich immer vom Zehner oder teilweise ja auch vom Elfer gemacht wurde. Und auch hier habe ich ein 2 Sterne auf den Rathaus 11 machen müssen. Was willst du machen? Der hat jetzt, der hat Infernus und der hat einen Adler. Punkt. Der Adler ist auf 1, die Defensive ist auf 10. Ihr könnt schauen, wie ich das gelöst habe hier. Irgendwie musste ich das machen. Und im Moment glaube ich, ist eine ganz gute Lösung für solche Bases mit drei Golems vorzugehen und Masshexen. Und Masshexen, das habe ich mir jetzt auf zwei Accounts so ein bisschen angewöhnt. Denn die Golems hier auf Level 4, die Defense sind ganz gut. Die Hexen machen immer noch viel, viel Skellys mit netten Flächen, nicht Flächenschaden, sondern Punktschaden. Und rocken ja eigentlich alles weg. Und wenn du davor ein paar Golems hast, dann ist das echt nett, wenn die tanken. Jetzt kommt Clanburg mit ein paar Valkyren, Babydrache dabei. Adler Dev ist immer ein Problem. Also Sprung hier gesetzt. Ein Golem ist hier bei der Tesla Farm ums Rathaus. Und der Dev ist auch ganz gut. Der hält eigentlich ganz gut. Gegen 10er Dev kann man gebrauchen. Und ja, Rathaus schon mal mitgenommen. Glück gehabt, ich brauche jetzt nur diesen einen, einen Sprung. Hab in der Mitte den Heilzauber genommen für meine Truppen, also für die Bowler und für den Rest. Und bin jetzt schon bei 44% Queen noch zündbar. Allerdings setzen wir natürlich hier die, die Single Infernus richtig heftig zu. Queen rechtzeitig gezündet. Hurra! Also Gruß an die, die ihre Queen nie rechtzeitig zünden. Aber ich habe es hier mal geschafft. Und die Hexen machen hier außen jetzt noch so ein bisschen. Ich habe jetzt noch hier einen Golem. Allerdings braucht er jetzt auch mit der, mit der einen, ne mit den beiden Hexen hier und den Phoenix Kellys echt mal lange durch diese Base hier durch. Und ich denke, das ist ganz, also wie gesagt, ich habe, ich habe das immer versucht, so gut wie möglich zu lösen. Ich glaube, ich bin hier nie mit null Stern rausgegangen. Ich glaube, ich bin mit dem Account hier immer mit Minimum zwei Stern rausgegangen. Ab und zu sogar mal drei Sterne. Zu Anfang, wo ich neun auf neun hatte. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber drei Level muss ich noch für den King machen. Ich muss noch drei Level für den King machen. Ich meine, wir haben hier den fetten Bonus reingekriegt mit dem Dunklen. Ich kann jetzt mal wieder mein Rathaus anstarten, weil ich breche es immer noch ab. Ich breche es immer noch ab, denn ich glaube, Alex und der Donnerbengel werden auf Rathaus 10 gehen und der wird erst mal neun bleiben. Weil mit dem brauche ich doch noch etwas länger, um den King hier zu leveln. Um den King hier zu leveln. 115.000. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr durchmachst. Ich meine, ich, das ist ja nicht mein einziger Account, der spielt. Ich glaube, ich kann mir jetzt noch aus den Rewards, ja, da kann ich mir nochmal 10 dazu claimen. Aber jetzt habe ich 87.000. Der King kostet schlappe 115.000. Alter Falter. Ist auch ein kleines, kleines Wort zum Sonntag. Und ich bin hier mehr recht als schlecht unterwegs mit diesem Account hier, um zu farmen. Aber wie gesagt, drei Level noch. Drei Level noch für den King. Ich glaube, das ist ja auch Motto dieses Videos oder so. Steht es im Subnail drin. Aber ich schweife hier immer mal ganz gerne so ein bisschen aus. Und finde im Moment einmal wieder nicht so den richtigen Gegner, um ein bisschen Dunkles abzufangen. 2.9. Also 3000 Dunkles. Können wir so mitnehmen. Das habe ich in der Clanbook. Okay. Ich habe jetzt einfach egal gefordert. Ich fordere oftmals gerade während dieser Tages-Quest immer mal wieder gerne, gerne egal an. Denn dann haben die anderen nach wie vor, das habt ihr auch in dieser Woche mitbekommen, einfach mal die Chance, ihre Quests Quests zu machen. Also ihre Quests zu machen, wo sie Truppen spenden müssen. Und das eine Lager da allerdings sollte jetzt noch weggehen von dem Magier. Ich lasse mir jetzt auch extrem viel Zeit. Jetzt ist es weg. Okay, dann kann ich jetzt auch meine, meine Walküren hier spammen. Meine Clanbooks spammen. Ihr seht, ich habe ein paar Hockerider dabei. Ich habe jetzt keinen Sprung hier für diese komische Base-Mitte. Ich brauche glaube ich auch keinen. Ich denke mal, Mauerbrecher können da jetzt mal andere spielen gerade. Denn King und Queen sind jetzt in der Mitte dabei. Da haben wir das Dunkle jetzt schon fast im Sack. Den King zünde ich mal. Und wen save ich eigentlich? God save the Queen. Okay, God save the Queen. Und da ist die Bombe schon mal weg. 1, ah ne, da haben wir 1, 2. Oh, die hüppeln aber so langsam hier. Die hüppeln gerade mal so langsam. Aber ich glaube ganz gut an der Maus hier geklickt. Einmal hier den Heil so ein bisschen proaktiv gesetzt. Das habt ihr auch in dieser Woche mal gesehen, dass ich das immer so benenne. Das heißt also, ich schmeiße den Heilzauber. Also so wie jetzt gleich auch. Ich werfe den Heilzauber ungefähr hier, dass meine Hocks da rein reiten. Also rein reiten in den Heilzauber. Er war jetzt vielleicht schon eine kleine Ecke zu früh. Denn so ein halber Heilkreis hat jetzt gar nicht mehr alles erreicht. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben die Base gemacht. Ich lasse den jetzt auch mal auslaufen. Denn ich weiß im Moment nicht, wieviel Bonus ich hier mit dem Account brauche. Aber 90.000. Ah, da fehlen mir immer noch so viel. Da fehlen mir immer noch so viel. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr fragt ja eigentlich immer mich immer. Tutu, wie farmst du wie? Ich frage jetzt heute mal euch. Leute, wie farmt ihr Dunkles? Wie farmt ihr im Rathaus 9 Bereich Dunkles, wenn ihr nichts mehr zu tun habt, außer eure Helden? Macht ihr das eher in der niedrigen Liga? Macht ihr das eher in der hohen Liga? Also eher so Richtung Meister, Champion, Champion, ich will mal sagen Champion 3 bis Champion 1. Ich glaube, bei Titan brauchst du das nicht mehr unbedingt machen. Da kriegst du natürlich auch noch ganz Gutes. Aber es ist dann auch immer, es kostet immer ein bisschen. Ihr seht das 1.820. Die nehme ich jetzt ruhig mal. Ruhig mal wieder. Natürlich habe ich auch Bands hier. Ich wollte gerade sagen Bands hier. Ich habe natürlich auch Armeen hier, die wenig, die nichts verbrauchen. Aber mit denen hole ich dann auch eher etwas weniger. Deswegen nehme ich diese noch mal an Start. Habe jetzt allerdings hier ein Eil, ein Eil. Da fehlt mir irgendwas. Ah, da fehlt mir der Wutzauber. Denn ich nehme hier keinen Giftzauber mit. Ich nehme hier keinen Giftzauber mit. Ich habe hier einen in der Clanburg und da kommt jetzt noch mal ein Wut nach. Jawohl. Dann ist es auch so, dass mir immer mal wieder so ein bisschen so Bonus wegläuft oder irgendwie so eine Pulle wegläuft. Ich nehme hier jetzt mal eine Pulle. Denn den muss ich einfach so ein bisschen pushen. Sonst wird das nichts mit dem hier. Den muss man einfach mal ein Stündchen boosten. Und ich glaube aber, ich kriege aus der Timeline hier noch einen Trainingstrank. Ich habe ja im Moment keinen, keinen in der... Ja, da ist er. Da ist er. Ich habe im Moment keinen beim Händler. Also nehme ich, nehme ich dann die. Das ist dann auch nicht ganz so schlimm. Und wir haben immer noch ein bisschen was zu tun hier. Ich fordere jetzt mal etwas anderes an. Einmal Luftgift, glaube ich. Mal sehen. Luftgift. Und ich würde sagen, ich fahre einfach mal ein bisschen weiter auf dem Stream Tag. Also das ist... Ihr seht die Folge jetzt am Donnerstag. Muss ich einfach ein bisschen vorproduzieren, weil ich natürlich am Mittwoch abends streame und dann nicht unbedingt noch zum Aufnehmen komme. Deswegen denke ich mal oder hoffe ich, dass euch das auch trotzdem nach wie vor hier gefällt. Ich bin halt auf allen Rathäusern so ein bisschen zugegen, außer auf Rathaus 10 zurzeit. Und ich muss einfach ein bisschen vorankommen. Das Ganze vorankommen halte ich ein bisschen mit euch fest. Ihr könnt vielleicht ein paar Parallelen zu euch ziehen oder auch Angriffsstrategien mitnehmen oder wie macht der Toto das? Auch wenn er ganz casual mit diesem Account spielt. Also mit Casual meine ich, ihr habt einfach einen Account mit dem ihr abends vielleicht mal ein stündchen Spieltags über vielleicht mal einen Angriff macht und ein bisschen spendet und das ist dann gewesen. Das meine ich mit Casual. Deswegen ist auch hier der King erst auf 27 und noch nicht auf 30. Der hätte schon lange auf 30 sein können, wenn das mein einziger Account hier wäre. Denn ich glaube ein Heldenbuch habe ich noch. Habe ich noch ein Heldenbuch? Ich habe kein Heldenbuch mehr. Der müsste sowieso pennen jetzt nach der CWL. Macht aber nichts. Kann auch ruhig. Und ich würde trotzdem sagen, er bleibt Rathaus 9. Die anderen beiden gehen auf Rathaus 10 hoch. Mal schauen. Okay, der sieht jetzt ganz gut aus. Und nach dreimal Truppen fordern muss ich sagen und erklären, was eigentlich, wenn ich schreibe Luftgift, dann ist es mir egal, ob da Lufttruppen drin sind. Drache, Elektro-Drache, Lava, Loons, Larkis, scheißegal. Von mir aus auch Heiler. Aber dann habe ich auch irgendwann die Geduld verloren. Ich meine, okay, die Leute wissen jetzt auch nicht, dass ich das gerade so ein bisschen am Pushen bin bzw. am Boosten bin. Und ich muss jetzt mal eben schauen. Ah, hier unten sind die anderen beiden Lager und das ist da. Dann würde ich sagen, wir machen mal. Ah, da ist eine Queen. Dann machen wir hier die beiden Luftabwehren mal weg. Oder nicht die beiden, die eine Luftabwehr. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Das ist jetzt auch für das Event hier schon mal so ein bisschen gespielt. 1, 2. Und dann können wir sicherlich hier drauf gehen mit unseren restlichen Drachen. Ah, da ist jetzt so ein Nerv-Off-Feger. Der muss jetzt als erstes mal weg. Dann hoffe ich, dass die Loons das da erledigen. Ja, das machen sie auch. Und dann nehmen wir die noch mal in Wut. Ah, mal sehen. Komm, mach jetzt den Feger da weg. Alter Falter. Okay, der Feger ist weg. Die beiden Bohr hier unten sind weg. Damit haben wir schon mal fast alles Dunkles. Okay. Kann man ja so machen. Also, wie gesagt, der Rathaus Level 9 hier. Im Moment auch das Mexen vor allen Dingen von den Helden ist echt zäh. Ist wirklich zäh. Das wirst du selber. Und ich hoffe, dass Super Zelda irgendwann mal eine Grätsche findet, um den 9er so ein bisschen zu beschleunigen. Denn bei Rathaus 9 ist es ja wirklich so egal. Du levelst deine Truppen, du levelst deine Base, die Base ist maxed out. Dann fängst du an mit Mauern. Die Mauern sind irgendwann maxed out und deine Helden hast du immer noch nicht, hast du immer noch nicht auf dem grünen Zweig. Mal sehen, wo die hingehen. Okay, die gehen nach da hin. Und das dauert dann extrem lange, muss ich sagen. Bei Rathaus 10 und 11 ist es dann wieder anders. Da dauern die Helden dann nicht so lange. Aber dafür dauern dann Truppen und die Base ein bisschen länger. Also da muss man vielleicht noch mal so ein bisschen den richtigen Grad finden hier. Aber den richtigen Grad hier finde ich leider nicht mit meinen Helden, glaube ich. Ich glaube, das dunkle Lager, das kriegen wir nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr. Schade. Schade auch. Aber trotzdem haben wir ganz, ganz gut. Der hatte ja die Bohrer schon ganz nett voll. Und den einen Stern haben wir hier in jedem Fall drin. Drachenangriff drin. Also passt das ganz gute. Passt das ganz gut so. Und ja, mal sehen. Ich werde jetzt noch, ich glaube, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Boost. Das ist auch nicht wirklich lange. Denn ich habe jetzt endlos lange auf Luft gewartet. Ich warte immer noch. Die machen wir jetzt aber nicht voll. Naja, vielleicht mache ich gleich meinen CK-Angriff. Ich muss natürlich mal wieder... Oh, habe ich den jetzt verschoben? Die Falle gehört ja dahin. Ich habe jetzt natürlich mal wieder... Was muss ich eigentlich machen? Ich muss wieder ein Rathaus 10 machen. Mal sehen, wie er so bestückt ist. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut für... Für die Hexen mal wieder aus. Single Target. Jawohl. Ist zwar auf Level 2, aber macht nichts. Der hier hinten stört mich nicht wirklich. Die Queen auch nicht. Ich will 2 Sterne hier holen. Ich hoffe, das gelingt mir noch. Dann habe ich nämlich am Ende hier, glaube ich, 5. bin ich. 16 Sterne. Ich hoffe, das gelingt mir. Und ich denke mal, wir werden hier die Liga halten. Mehr sollte ja auch nicht Ziel sein. Aufgrund der anderen, so wie sie hier sortiert waren. Und ja, wie gesagt, also, es ist echt schleppend. Drei Level noch. Und wie geschrieben, wie gesagt, hinterlassen wir das in den Kommentaren, wie ihr das mit den Helden macht, wie ihr farmt, etc. Ihr wisst mittlerweile, wie ich farme. Und wir sehen uns jetzt, aber dann am Freitag und Samstag mit Sicherheit wieder nochmal aus der CWL, glaube ich. Ja, bei den Spätzen wie Soos, glaube ich, haben wir noch ein bisschen CWL. Da dauert ja anderthalb Tage länger als bei euch. Ich glaube, wenn ihr diese Folge am Donnerstag seht, dann ist für die meisten schon die CWL Geschichte. Ihr konzentriert euch wieder aufs Tagesgeschäft. So will ich das mal sagen. Und ich würde sagen, bis dahin. Beutelto. Clash.